Mich persönlich schnattst du ein bisschen. Da hat doch jeder eine andere Meinung. Bin ich auch. So, wie weit bist du? Ich bin hier gerade schon die ganzen Netawarzen anpflanzen. Mann, ich hab nichts zu tun. Jetzt mach ich sogar noch die Gänge hier. Die meisten, die bauen irgendwie viel zu wenig im Netawarzen. Die ganzen Verbindungen sind wirklich sehr schlecht ausgebaut. Einfach nur irgendwelche 1x1-Gänge? Ja. Oder auch draußen gar nichts. Also draußen, finde ich, sollte man Gänge machen. Weil das ist wirklich sehr unsicher mit den Ghasts. Oder einfach Wege. Damit dann weit wo man hin muss. Wege sind dort teilweise schon. Also ich hab jetzt auch wieder ein paar gemacht. Letztes Mal. Vor einer Woche. Okay. Peter war, wie auch jetzt, der letzte Zeit gar nicht mehr online. Die haben schon viel zu tun mit den Let's Plays und alles. Alles mögliche. Ja. Pipapo. Man könnte wenigstens mal 5 Minuten reinschauen. Das ist Sonntags oder sowas. Der eine, der kann ja im Lok nachschauen, ne? Ja. Ich hab ihn gefragt, wann man das letzte Mal online sagt, er mir so knallhart. Am 1.5. Also vor einer Woche. Okay. Bist du fertig? Ich bin schon fertig. Ich mach hier grad hinten bei dir. Let's go. Was machen wir jetzt? Ähm. Jetzt gehen wir erstmal zu dieser Festung und dann dort weiter noch den Gloucester und fahren. Ich hab nur noch eine Eisenspitze. Ich hab zwei. Okay. Das sollte reichen. Und ich hab auch noch Eisen mit. Okay. Das ist perfekt. Hast du Holz? Äh. Oh ja. Aber ich hab auch noch eine Werkbank. Perfekt. Okay. Das ist super. Okay. Wo ist denn diese Festung? Ich hab einen Smagma-Slime. Ich auch. Ich hab aber kein Schwert mit. Axt zieht mehr als alles andere, ne? Außer Schwert. Oh Gott. Hier ist ein Garst. Ach du Scheiße. Wie kommt der denn hier rein? Hilfe. Und jetzt sieht man hier wieder wie schön der... Alter Schwede. Die Magna Cream brauchen wir. Die können wir auch gut schön verticken für Diamanten und so. Ähm. Könntest du den Garst abwehren oder? Oh Gott. Jetzt spawnen hier die ganzen klein. Ich musste mit den Viechern kämpfen, als es hier total rumgelegt hat. Das war schrecklich. Oh Garst. Du bist so ein kleiner... Drecksgarst. Warte. Ich hab doch Pfeile und Bogen. Ich hab Magna Cream. Die Gas stoppen doch schöne Sachen, ne? Ähm. Irgendwelche Tränen oder sowas. Äh. Komm. Wo müssen wir hin? Wie viel hält der aus? Viel. Oh Gott. Es darf keinen. Okay. Schnell aufsammeln. Nein. Das... Doch hier. Ich hab die Träne von dem. Okay. Bekomme ich die? Ich hab ihn auch gekippt. Okay. Ja damit. Danke. Danke. Wir teilen uns doch eh. Was kann man mit den Tränen machen? Tränke bauen? Tränke, ja. Hier hinten lang oder wo lang? Wieder da hoch? Der schon Braustand, oder? Ja, wir haben vier Stück oder so. Ja, hier hoch. Hier ist doch dieser eine Coggle-Storm. Okay. Ja, jetzt weiß ich auch, wo wir immer lang müssen. Jetzt hab ich mir den Weg gemerkt. Ja. Das ist auch so schwer in diesem kleinen Raum, ne? Das ist so ein groß... Ich bin natürlich immer schon so... Oh Gottes Willen, oh Gott. Hilfe. Ähm, ja, wir müssen eigentlich anders lang. Ich komm grad und zeig dir den Weg zu dieser Festung. Ähm, dann können wir grad einen kurzen Abstecher bei der Stadt machen, oder? Ja, können wir machen. Und dort hinten auch bei der Stadt im Neta. Okay. Das ist nicht auf der Live-Map. Live-Map? Lass abschlachten. Aber ich hab grad keine Rüstung an. Also wir müssen hier lang. Okay. Wenigstens hat das mit der Schleichwerbung hier aufgehört. Ne, oder da... Oh Gott, jetzt bin ich total verwirrt. Nein, wir müssen gar nicht hier lang. Was rede ich denn da? Entschuldigung, ich war hier schon so lange nicht mehr in diesem Neta. Ja, die verwöhren aber auch schon ziemlich die ganzen Gänge. Müssen wir jetzt doch hier lang? Bauen die hier auch um. Ne, wir müssen hier hoch. Genau, wir müssen hier hoch. Okay. Wir müssen über Schilder hin. Ja, wie gesagt, ich... ...müsste hier mal alles machen, weil keiner macht was. Was machen wir dann? Siehst du? Das meinte ich. Das hat hier keinen Sinn, Wege zu machen. Das. Das hat wir getan. Oh Gott, der schießt immer noch auf mich. Ja, und auf mich. Ich hab den Eingang verloren. Ich hab doch irgendwann mal einen Weg. Genau, hier ist ein Weg. Hier kannst du rein. Komm mal, guck, hier hinten ist ein Cobblestone. Oh Gott. Seh dich grad nicht. Ähm... Wo bist du denn gerade? Versteckt. Ich hab Sneak mal ausgemacht. Hier. Put, put, put. Put, put, put. Put. Hier kann man auch geil farmen. Hier ist auch wieder so viel. Hier ist so ein Weg. Ich sollte da oben einen Turm... Oh, wer... Welcher Schlauberger hat das denn hier gemacht? Ich mach dort oben mal einen Turm. Und das war halt mein Plan, dass wir hier den Weg so einmauern, ne? Dass man hier eingemauert ist. Ja, kommt. Auf jeden Fall werden wir jetzt aber einen Turm hinmachen aus Cobblestone. Obwohl, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, wenn... Ja, jetzt, komm, wir gehen einfach weiter. Oh Gott, das hat auch hier getan. Ey. Watzen, ey, hier sind... Guck mal, wo wir rauskommen. Wir kommen ganz schön bei Piet raus. Ja, genau, da. Hab ich dir gesagt, ich hab... Ich hab hier schon wieder zu fast alle... Zu beschildern? Ich will nicht runterfallen, deshalb mach ich das hier zwei, drei, zwei, drei. Boah, dieser dreckstleckigen Server hier. Wo müssen wir hin? Ich lass mich rein. Erst mal legen, regenerieren. Regenerieren. Ich weiß, wo wir hin müssen, aber... Wir müssen ja über das Feld laufen. Ja. Ja, über das ist frei gefällt. Fuck. Deshalb wollte ich, dass wir, wie gesagt, hier alles mal einbauen, aber irgendwie... Hilft mir ja keiner dabei, es wäre was anderes, wenn mir hier einer dabei helfen würde. Aber immer, wenn ich frage, ob jemand mit mir den Liter ausbauen will, sagen die alle, nee. Lass einfach jetzt mal zu dieser Stadt gehen. Einfach mal laufen. Weil das Witzige ist, die bei dieser Stadt, die haben ja schon eine Bahnstrecke gemacht, ne? Komplett unter Wasser, aber nicht den Liter. Oh, das sind ganz viele Gäste. Ich weiß. So wollte ich hier mal alles überdachten. Und der erst hat mich schon getroffen. Na toll, welcher Schlauberger hat das denn da hinten wieder abgebaut? Dann mach ich das extra und dann baut das wieder einer ab. Ich hab ein kleines Problemchen. Wett nicht, bin ich wieder der, der drauf geht? Natürlich. Guck mal her. Wir müssen nicht hier lang. Hier hoch? Ne, hier runter. Hier zu mir. Ich bin hinter dir. Ja, geh einfach runter, die Treppe runter. Okay, da ist ein Kreuz. Ja, jetzt ein Kreuz. Hier bin ich. Ich seh dich. Warte, muss erst mal was essen. Okay. Ja, ein bisschen ausgebaut wurde hier schon, aber wie gesagt, das Beste wäre eigentlich, wenn das hier alles überdacht wäre. Und hier rein, oder wie? In das Portal? Oh, nee. Wir müssen schon ein bisschen weiter. Komm, wir müssen das echt mal machen, dass hier alles überdacht und die ganzen Gänge, das ist doch echt wies. Ach, hier hat doch einer endlich eine Strecke gemacht. Ich glaub's ja wohl nicht. Haben wir Minecraft hier Ausgang? Was ist denn hier hinten? Zum Stadtportal, ja. Hier, komm mal zur Stadt. Sind wir irgendwo Minecrafts? Nee, ne? Ja, da müssen wir halt laufen, soweit ist es jetzt auch nicht. Hoch oder runter? Oh, hier hoch. Wie gesagt, oh Gott, die haben das hier ziemlich gut ausgebaut. Naja, zumindest könnte man ja alle Wiege ausbauen und alles dann wirklich auch mit Schienen vernetzen. Es leckt ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber davon lassen wir uns nicht beirren und gehen einfach weiter. Aber ich denke, das ist nur in der Nita, denn draußen war's ja nicht so. Ist alles nur in der Nita. Hatten wir den Scheiß hier gemacht? Was soll denn das? Gut, dass wir keine Meinenkratz genommen haben. Dann werden wir den ganzen Weg zurückgefahren. Wo bist du? Du bist schon voll weit weg. Nee, dann werden wir nicht... Ja, wir müssen einfach hin. Es leckt einfach zu sehr. Das Problem ist, wir werden da nicht zurückgefahren. Wir hätten... Ja, da ist es wieder. Selber schuld, selber schuld. Würde ich auch mal sagen. Ähm, sind wir in den Kreis gelaufen? Nee, du musst einfach immer in den Schienen entlang. Ich bin zurückgelaufen. Lauf einfach weiter und dann ist es da gleich ein Portal. Wie ist das passiert? Sind wir da. Und hier ist Franzi. Ja, nee, nee, ich verscheuche dich nicht. Ich muss sie abstatten. Franzi. 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 Portalst du das Trab und Teg? Ich dachte, der baut in der Nähe der Stadt. Naja. Ui, ich habe die schon etwas mehr ausgebaut. Also ich finde, wir müssen bei uns wirklich überdachte Gänge machen, da auf dem freien Feld. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir alles noch. Sind wir dafür zuständig? Aber ich denke, Piet wird irgendwann auch noch mal ein paar neue hier auf den Server lassen. Glaube ich auch. Wollt ihr die jetzt nicht auch mal wieder aufnehmen? Jetzt war ich das Fragezeichen da hinten, da hinter, weil ich dich das gefragt habe. Oh mein Gott. Oh, ich bin da. Ich sehe lilanes Licht. Und Domsen. Wo ist Franzi? Muss Franzi Hallo sagen. Musst du nicht. Doch, muss ich. Musst du nicht. Nein, ich darf mich da nicht durchbauen. Die ist voller Knaller. Die lässt uns nicht dran. Ich will ihr aber schenken. Ah, sie hat es kapiert. Warum schenkst du der das? Weil sie jetzt fröhlich ist. Aha. Wolltet ihr jetzt nicht wirklich mal wieder mit aufnehmen? Nächstes Mal. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter. Hast du jetzt mit ihr gesprochen? Nö. Ja, nee, noch nicht. Weil als ich sie das gefragt hatte, dann hatte sie von nichts irgendeine Ahnung. Und nimmt die jetzt nicht mit der anderen auf? Äh, ja, nee. Ich weiß nicht, ob die mit der aufnimmt. Aber auf jeden Fall machen die viel miteinander. Eins ist hier jetzt wichtig. Und zwar merkt ihr gut, wo das Portal ist. Weil ich selbst habe es, als ich mal hier war, nicht mehr wiedergefunden. Okay. Und ich mache mit... Ich markiere das. So, markiert. Mit der Mini... Also, okay. Ja, gut. So. Wo bist du? So, das ist jetzt die Stadt. Ich bin hier. Hinter dir. Okay. Aber das hat zwei Herzen gezogen. Das war doch nur ein Eisenschwert. Ich fand es ruhig. Also, das ist diese große Stadt. Ach, jetzt kann ich auch verstehen, warum Disturb so viel brauchte von den Steinen. Ja. Guck mal die Mauern an. Die Mauern sind ja nicht aus... Ja, die sind aus Bricks. Aber in der Kathedrale, die hier irgendwo ist, haben die das gebraucht. Ähm, die Kathedrale ist... Äh, muss mal kurz auf der anderen Map wechseln. Wir sollen uns echt mal Minecats machen. Oder wollen wir jetzt auch, ähm... Können wir uns überhaupt schon diese Schienenstrecken machen? Oder ist das... Warte, wie schnell ich... Ey, meine Villa auf meinen Server, auf dem Zen-Server von, äh... Elfimier-Reiter sieht mein Haus aber besser aus, meine Villa. Was ist das Ding hier? Ach so. Ja, ich geh da nicht mehr auf. Das ist wegen bestimmten Gründen. Wieso? Nee, wir müssen in die Richtung. Warum bloß? Ähm... Wir müssen hier durch. Wie lang? Okay, das ist neu. Und dafür brauchen die auch den ganzen Glowstone und so. Ja, hier. Genau. Ach, ich gucke da nicht durch. Wir müssen außen rum. Spinne. Sie hat es auf dich abgesehen, also von daher ist alles in Ordnung. Okay, wo ist sie denn? Im Haus. Sie dann? Nein, nein, ich bin gleich tot. Oh Gott. Oh Gott. Wie viele Erzen hast du noch? Nur noch drei. Also, einmal könnte ich... Nein, dann bin ich tot. Nee, zwei ziehst du noch. Gerade eben hat es drei gezogen. Äh. Äh. Die Versuchung ist so stark. Was denn? Komm mal zu mir. Pilzkuh? Nein. Oh Gott. Soll ich mal kurz abbauen und wieder anbauen? Nein, nein, nein. Ich glaube, das geht nicht, weil hier die Türen daran sind. Verstehst du? Doch, das würde gehen. Die sind ja nur auf dem Block darunter, oder? Ja. Naja, egal. Wir gehen weiter. Ich bin wundert, dass das noch niemand geklärt hat. Pilzkuh! Ja, die kannst du melken. Mit einer Schüssel. Was bringen die dann? Ähm. Eine Pilzsuppe, wenn du die mit einer Schüssel melkst. Wir brauchen auch welche, aber das wird eine Hammerarbeit, die von denen hier... Also, die würden uns welche geben. Ich hab die schon mal gefragt. Ja, wir können mal eine Hammerarbeit, bis sie da hinten bei uns sind. Eben. Vielleicht kann man hier eine töten und dann bei uns eine hinschieten. Das wäre doch so gesehen, irgendwie. Ja, genau. So, wir müssen da lang. Hier hoch, oder? Hier ist sie doch, oder? Da hinten. Da hinten. Hier mit den zwei Türen. Ich seh's. Ich bin unterwegs. Das ist... Die Kathedrale zum Heiligen Pegata XD. Und dafür hat er halt den ganzen Broken Stone gebraucht, ne? Mhm. Und die kennen schon zwei, ähm... Ja, und die Endsteine. Strongholds. Also, es gibt drei Strongholds. Ich hab mich letztes Mal ein bisschen vertan. Drei Strongholds in jeder Map. Genau. Die sind in einem Winkel zu 120 Grad angeordnet. Okay. Also könnten wir uns mit den Koordinaten, die wir jetzt schon haben, von dem Zweiten, aber ich weiß die Koordinaten von dem Zweiten nicht berechnen, wo der Dritte ist. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Oder wir snacken halt ganz viele Endermans im End. Und... Sag mal ehrlich. Ein paar Steine hier von hier. Ich meine, irgendwann hören wir mit diesem Endlos-Projekt hier auf, oder? Ja, dankeschön. Dann... Du weißt es ja noch, ne? Es wird ja eh nichts bringen, ne? Also von daher kann es denen ja egal sein. Wie gesagt, Peter hätte gesagt, er macht da nur ein Befehl in der Konsole und dann ist alles wieder... Ähm... Da. Weg, ne? Wie weg? Also was der andere Spieler gemacht hat. Oder halt eben wieder da, ne? Mhm. Gehen wir jetzt zurück in die Neta? Oder was machen wir jetzt? Ja genau, jetzt gehen wir zurück in Neta und farm Gloucester und so. Jetzt müssen wir halt den Weg zurückfinden. Das wird einfach... Ich hab's markiert. Das wird... Ich würd sagen, wir beenden auf dem Park gleich mal, oder? Die Aufnahme. Die Aufnahme. Weil ich muss gar nicht noch mit dem Hund raus und alles mögliche machen. Okay. Dann geh ich grad noch in die Neta. Mhm. So, Markierung mach ich wieder weg. Okay. So, und jetzt geht's wieder zurück in den Neta. Das zweite Portal war's, ne? Das ist egal, wer ich ist. Okay. Dann nächstes Mal hoffentlich wieder mit LP Mirai. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall, denk ich mal. So, ich denke dann... Hier bei Franzi. Warte, wo ist er? Hier. Die wieder in ihrem komischen Raum. Leute, ich kann sie durch die Schlagen. Oh mein Gott, jetzt ist sie sauer. Oh Gott, jetzt ist sie... Oh mein Gott. Ich war das nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ist sauer. Oh mein Gott. Oh Gott, sie fangt hier gleich hier. Die haben einen Schmerz raus. Oh Gott, jetzt ist sie was. Oh mein Gott. Ich glaub, die ist sauer. Nee, ich hab ihr was geschenkt. Ich glaub, sie wird nix machen. Oh, oh, oh Gott. Na ja, mein Schwerz. Ich hoffe, sie geht nicht auf mich los. Oh Gott. Ähm, ja, dann beenden wir hier die Aufnahme. Ja, das tun wir. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer DarausLP und euer... Und euer... Ähm, 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 Domseplay. Tschüss. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017